Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft. Ja, ihr seht, ich starte an einem anderen Punkt wie sonst. Das liegt einfach nur daran, dass ich schon mal letztens einen Versuch gestartet habe, die sehr aber nicht, ich sag jetzt mal, funktioniert hat. Und ja, war halt nicht so super. Ich hab euch, das war da, das waren 10 Sekunden oder so, ähm, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll heute, ich habe auch nur ein bisschen Zeit, aber nicht viel, aber, ähm, ich fange mir jetzt erstmal damit an, müssen zu gucken, was ich alles drin habe. So, okay, also noch über das Glas. Dann sortiere ich mal eben, man denkt mein ganzer Momentar aus, ich mache mir auch ein bisschen was. So, Erde. So, Erde, Erde, Moment. Mal kurz Stecke ändern, ich habe vergessen, Stecke zu ändern. So. Ich werde immer ein bisschen lauter machen, dass ich das auch höre. So. Ich bin gerade aufgestanden, bin noch total müde. Und dachte mir so, ja, du musst heute auch wieder eine Folge raushauen, das ist wichtig. Und dann habe ich mich hingesetzt und hab. Und bin am Aufnehmen, ja. Ich glaube, für Treppen habe ich noch nichts, oder? Ah, Kro da draußen. Sanstein. Okay, ne, ich bin jetzt so, was hab ich denn hier... Oh, hab ich denn die freigelassen? Oh, egal. So, Erde, will ich auch... Tierkram. Hab ich hier auch Eier? Ja, wahrscheinlich kommen hier erstmal rein, das brate ich später. Ah, hier ist noch Holz, hier ist Glas, hier ist Sand. Sand. So. Glas ist Deko. Ja, warum habe ich jetzt halt wirklich aufgenommen? Ich war verhindert. Das würde ich eigentlich versuchen zu vermeiden. Werden mir ab jetzt auch mehr Mühe geben, dass das nicht vorkommt. Ähm, ja, was soll ich jetzt sagen? Es wird nicht mehr vorkommen. So. Es kann halt einfach anders, was anderes kann ich nicht machen. So, dann kommt das da rein. Und dann ist auch alles sortiert. Was tue ich jetzt? Erstmal meine Öfen leeren, meinen Ofen auch noch leeren. Na, ihr Hundis? So. Dann haben wir das auch schon mal. Dann muss ich ja erstmal gucken, was habe ich denn letztes Mal auch getan. Da ich glaube, dass jetzt eine spontane Aufnahme ist, habe ich ja nicht mehr Ahnung, was ich... Also, was ich wirklich getan habe. Muss also erstmal schnell schauen. So, was habe ich jetzt noch genau? Ich habe noch Glas. Kommt da rein. So. Ach, jetzt komme ich wieder runter. Was? Was? Ach, genau. Ich hatte letztes Mal dieses superhäubische Dach hier fertiggestellt. Gut. Draußen habe ich noch ein kleines Feld. Habe ich eine Hacke? Ne. Müsste ich eigentlich noch hier unten haben. Ach ja, und einfach mal, weil ich es ja einmal sage. Ich bin immer noch krank. Langsam ist das echt nicht mehr zu fassen, oder? Das kann echt nicht mehr sein. Schon über zwei Monate. Jetzt muss es letztlich fertig gemacht, wo es krank war. Oh, wie ich diese Welt hier vermisst habe, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also, ich war schon echt zu lange nicht mehr hier. So. Ich habe mir übrigens überlegt, ich werde... Später, wenn ich genug Sachen gesammelt habe, werde ich hier ein riesiges Lager erstellen. Das könnte dadurch, das könnte vielleicht sogar ein bisschen länger dauern. Aber ich habe es gerne, wirklich gerne übersichtlich. Und kann echt sagen, ich brauche es. Und ja... Wie gesagt, also ich finde das schon echt besser. Wenn wir dann hier so ein... Großes Lager mit extra Erbau... Zum Beispiel, wenn wir den Keller ein bisschen aus... Äh... Erweitern und so, weißt du? Das wäre auf jeden Fall vorteilhafter. Weil zum Beispiel bei... Bei Holz, ja, da sind auch da sind Treppen drinne. Ist auch ganz... Ist eigentlich gar nicht... Ist ja nicht falsch, wenn da... Wenn da dann halt Treppen drinne sind. Oder Stühchen, aber ich habe das gerne sortiert, ja. So. Ist halt für mich... Ja, sag ich mal schöner jetzt. Und definitiv steht fest, bei der nächsten Aufnahme... Werde ich... Ähm... In eine Hölle gehen. Also in die Höhle. In die... In die wir rein wollten. Das... Steht auf jeden Fall jetzt fest mittlerweile. Ich werde jetzt heute... Ich habe jetzt das Feld ge... Ja, hätte ich gesagt, das Feld, ähm... Neigepflanzt. Und das nächste Mal werde ich dann... Wirklich jetzt in die Höhle gehen. Heute werde ich dann jetzt halt noch ein bisschen... Ähm... Heute werde ich dann jetzt... Mir die Schaufel nehmen, die ich habe. Weil die Schaufel... Habe ich noch andere Schaufeln? Ne. Ich werde mir jetzt die Schaufel nehmen und werde... Ähm... Na, was soll ich jetzt sagen? Und werde... Erde holen, damit ich ja nicht das Terraforming beenden kann. Das hat jetzt für mich heute erstmal höchste Prio. Einfach weil... Äh... Ja... Weiß ich... Ich dachte, ich will halt das noch weitermachen. Ich weiß nicht, ob ich fertig werde. Ich hoffe es natürlich. Wir werden es ja sehen. Und ich meine, ich habe noch nie... Okay, ich habe hier noch nicht so viel gespielt, aber... Er hat noch nie so einen Erdemangel wie hier. Das ist unglaublich. Ich werde jetzt mal eine geeignete Stelle suchen, wo man diese Erde abnehmen kann. Ich nehme mal, ich werde das einfach hier machen. Wollen wir das hier nicht so sieht. Einfach mal ein bisschen Erde. Ähm... Ja, dafür hätte ich jetzt eigentlich Themen gebrochen, damit ich mit euch nebenbei reden kann. Da es jetzt eine spontane Aufnahme ist, habe ich keine Ahnung, was ich jetzt die ganze Zeit erzählen soll. Äh... 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 Ja... Ich... Bin wie gesagt immer noch krank. Äh... Geht's heute trotzdem arbeiten und so weiter und so fort, aber... Ich muss auch gleich noch arbeiten gehen, aber ich habe echt keine Lust heute. Ich habe einfach miserabel geschlafen. Aber zum Glück jetzt nicht lange. So... Ich habe auch schon ewig nicht mehr im Einzelspieler gespielt. Ich habe jetzt die letzten Zeit, wenn ich gespielt habe. Was ich spielen hatte, die Zeit nur zum Aufnehmen, nicht weil ich hier immer den ersten Besuch hatte. Was ja nicht negativ ist. Ähm... Na, ist doch mal schnell. Genau. Habe ich nur aufm... aufm eigenen Server gespielt. War auch ne ganz nette Sache. Einen Moment mal ganz kurz bitte. Ja... Ey... Da geht immer mit dem Let's Play meine Maus aus. Das kann doch jetzt nicht sein. Warum geht denn jetzt meine Maus aus? Ja... Hauptsache meine Batterien gehen mitten im Let's Play aus, ey. Ah... Grausam. Gut, dass ich meine extra Paketbatterien hier neben liegen habe. Die kommt da rein. Die kommt da rein. Und sie leuchtet wieder. Ja... Na... Ja, sie wird richtig wieder. So wollen wir es haben. So... Dann wollen wir mal ganz schön nach Hause gehen, dass wir das irgendwie der Hell machen. Weil wir wollen natürlich hier nicht von Zombies angerufen werden. Obwohl, warte mal. Ja... Ja, wir sollten sie erstmal einstellen. So... Ja, jetzt können Zombies kommen. Wir wollen ja uns das hier nicht alles vereinfachen. Oh, ein Enderman. Ich werde jetzt demnächst auch auf 164 steigen. Wahrscheinlich dann irgendwie morgen oder mehr morgen. Ja... Äh... Äh... Dann bist du, das ist zumindest mein Plan. Ob ich dich durchziehe oder durchgezogen kriege, das weiß ich auch nicht. Dürfte eigentlich so vorkommen. Ich weiß zumindest nicht warum. Ich das nicht tun sollte. Ja... Wo hab ich jetzt eben aufgehört? Da. Da. Hier ist noch Erde. So... Hier auch. Ne, wie die auch muss. Oh, Wasser. Hm... Ich brauch die Schaufel. Na, dann hoffen wir mal, dass wir mal... Mit nem schönen... Paar Diamanten dann rauskommen, wenn wir da... Mach nen Abflug. Mit nem paar Diamanten außen, wenn man aus der Höhle rauskommt. So, weiter. Wie viel hab ich denn schon? Noch nicht zu viel. Noch nicht zu viel. Äh... In Skulption. Oh, ich hab schon ewig nie mehr diese Viecher gesehen wollt. Auf dem Wigas, wenn ich die Online-Spieler... Dann... Es gibt's ja dieses... Dann läuft diese Muck-Fiecher. Das macht nicht. Das ist schon wieder richtig ungewohnt, hier die ganzen Viecher zu sehen. Und noch einmal zurück, und dann können wir erstmal die erste Erde hinstellen. Damit wir ja nicht nur am Boden sind. Auf dem Wigas, wird auf dem Wigas空ion rauskommt. Weg keine Wigas, Kker. 5, 6, 7, 8, 3, 11, 24, 5, 5...